Mit einer bedrückenden Pandemie und einer schrecklichen politischen Saison sei dir verziehen, wenn du den Glauben an Wunder aufgegeben hast. Doch heute Abend nehmen wir dich mit an einen Ort, der für sie bekannt ist. Das Heiligtum unserer lieben Frau von Lourdes im Süden Frankreichs. Hier wurden 70 medizinische Wunder von der katholischen Kirche anerkannt. Was wissen wir, was mit uns nach dem Tod geschieht? Ungeachtet dessen, was die Religion uns sagt, haben die Mysterien des Lebens und des Todes zweifellos jedes Lebewesen auf Erden verwirrt. Es ist sicherlich Naturgesetz, dass, wenn wir sterben, unser physischer Körper zu Staub zerfällt und eins mit der Natur wird. Doch was, wenn ich dir sagte, dass es eine Person gibt, ist, die den unausweichlichen Gesetzen des Todes und den Kräften der Natur seit ihrem Tod vor 140 Jahren getrotzt hat. Der Körper dieser jungen katholischen Nonne hat sich geweigert zu verändern und bringt viele dazu, den katholischen Glauben infrage zu stellen. Ist dies überhaupt möglich oder nur ein Mythos? Begleite uns, während wir die seltsame Geschichte von Bernadette Soubirous und die dunkle Seite des Katholizismus erzählen. Bernadette Soubirous, gebrechlich an Gesundheit, geboren am 7. Januar 1844, war das älteste von neun Kindern aus einer verarmten Familie. Ihr Vater war Müller und ihre Mutter Wäscherin. Schwere Zeiten hatten Frankreich heimgesucht und die Familie lebte unter äußerst schlechten Bedingungen. Bernadette Casterot, Bernadettes Patin und die Schwester ihrer Mutter, eine mäßig wohlhabende Witwe, die eine Taverne besaß, unterstützte die Familie Soubirous so gut sie konnte, doch das hinderte nicht daran, dass sich die Situation verschlimmerte. Zur Zeit der Ereignisse an der Grotte war der finanzielle und soziale Status der Familie Soubirous so weit gesunken, dass sie in einem Einzimmerkeller lebten, der früher als Gefängnis genutzt wurde, genannt La Cachot. Das Gefängnis, in dem sie untergebracht waren, gepaart mit Bernadettes Anfälligkeit für Krankheiten, machte es besonders schwer. Als Kleinkind erkrankte Bernadette während der Cholera-Epidemie von 1854 und litt ihr Leben lang an Asthma und anderen Krankheiten, wahrscheinlich aufgrund ihrer schwächlichen Natur. Selbst im Alter von 14 Jahren war Bernadette nur 1,40 Meter groß. In der Erzählung ihrer Geschichte wird sie oft als armes, gebrechliches und unwissendes Mädchen beschrieben, das unter miserablen Bedingungen im Cachot lebte. Doch dies war nicht immer so. Als sie am 7. Januar 1844 in der Mühle von Boli geboren wurde, war Bernadette das erste Kind und das Augenlicht von François Soubirous und Louise Casterot, die aus Liebe heirateten. Bernadette wuchs in einer eng verbundenen Familie auf, in der sie geschätzt wurde. Zehn Jahre des Glücks in den entscheidenden frühen Jahren ihrer Kindheit machten sie stark und erstaunlich ausgeglichen. Der Abstieg in das Unglück, das folgte, konnte diesen menschlichen Reichtum nicht auslöschen. Sie hatte eine lebhafte, spontane und großzügige Natur, war witzig und unfähig zur Täuschung, eine starke Persönlichkeit, aber ungekünstelt. Aufgewachsen gab es keine Schule für Bernadette, da sie ihrer Tante Bernadette helfen musste. Mit 14 Jahren konnte Bernadette weder lesen noch schreiben und litt unter extremer Ausgrenzung durch ihre Altersgenossen. Sie hatte auch Schwierigkeiten mit dem Katechismus, weil ihr Gedächtnis die abstrakten Phrasen nicht behalten wollte. Doch später ging Bernadette zur ersten Kommunion am 3. Juni 1858. In jenem Jahr begann alles, die seltsamen Visionen. An einem schicksalhaften Donnerstagnachmittag, dem 11. Februar 1858, wurde die 14-jährige Bernadette mit ihrer jüngeren Schwester Toinette und einer Freundin losgeschickt, um Feuerholz in der Nähe der Grotte von Massabielle zu sammeln. Während die anderen Mädchen den kleinen Bach vor der Grotte überquerten und weitergingen, blieb Soubirous zurück, um nach einer Stelle zu suchen, an der sie ihre Strümpfe nicht nass machen würde. Schließlich setzte sie sich, um ihre Schuhe auszuziehen und das Wasser zu überqueren. Während sie ihren Strumpf hinabließ, vernahm sie plötzlich das Brausen des Windes. Das Seltsame daran war jedoch, dass trotz des starken Windes nichts sich regte. Eine wilde Rose in einer natürlichen Nische der Grotte hingegen bewegte sich aus ihrem Versteck oder vielmehr aus der dunklen Ecke dahinter. Über dem Rosenstrauch erschien ein blendendes Licht und eine weiße Gestalt in der Form einer Frau. Bernadette beschrieb sie als eine außergewöhnlich schöne junge Dame in einem weißen Gewand mit blauer Scherpe. Gelbe Rosen schmückten ihre Füße und ein großer Rosenkranz hing an ihrem rechten Arm. Die schöne Dame lächelte sanft Bernadette an, bevor sie mit ihrem Rosenkranz aus Gold und Elfenbein das Zeichen des Kreuzes machte. Angesichts eines solchen Mysteriums war Bernadette wie jeder normale Mensch bestürzt. Sie glaubte sich getäuscht und bemühte sich mit aller menschlichen Kraft, die Erscheinung zu erkennen. Sie schaute, sie blinzelte, sie versuchte zu verstehen. Schließlich wandte sie sich an ihre Begleiter, um ihre Eindrücke zu überprüfen und fragte, ob sie etwas gesehen hätten. Zu ihrem Schock gaben diese an, nichts gesehen zu haben. Sogleich fiel Bernadette auf die Knie, holte ihren Rosenkranz hervor und begann zu beten. Später beschrieb sie die Frau als »Urpetito damello«, was »kleine, junge Dame« bedeutet. Obwohl ihre Schwester und Freundin behaupteten, sie hätten nichts gesehen, war sich Bernadette sicher, dass ihre Vision real war. Dies war die erste von 18 Visionen dessen, was sie »Aquero« nannte. Bernadette wandte sich an die Kirche und bekannte sich drei Tage später bei Pater Pomon über das Gesehene. Am dritten Tag kehrte Bernadette mit ihrer Schwester Marie und anderen Mädchen zur Grotte zurück. Kaum dort angekommen, kniete sie nieder und verkündete, sie sehe Aquero, die kleine junge Dame, erneut. Sie fiel in eine Trance, doch als eines der Mädchen Weihwasser auf die Nische spritzte und ein anderes einen Stein warf, der auf dem Boden zerschellte, verschwand die Erscheinung. Bei ihrem nächsten Besuch am 18. Februar sagte Bernadette, dass die Vision sie gebeten habe, jeden Tag für eine 14-tägige Frist zur Grotte zurückzukehren. Mit jedem Besuch sah Bernadette die Dame und dieser Zeitraum der nahezu täglichen Visionen wurde als »Leinen Sacre«, die heilige 14 Nächte, bekannt. Bernadettes Besuche wurden so häufig, dass ihre Eltern besorgt und zutiefst beschämt waren, besonders ihre Mutter, die berichten zufolge sie sogar einmal geschlagen hatte, um sie vom Besuch der Grotte abzuhalten. Obwohl sie versuchten, ihr die Besuche zu verbieten, konnten sie dies nicht verhindern. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und bald wusste fast jeder von Bernadettes Visionen. Die angebliche Erscheinung offenbarte ihren Namen erst bei der 17. Vision, sodass Bernadette nicht wusste, wen sie sah. Obwohl die Leute im Dorf, die ihr Glauben schenkten, annahmen, dass sie die Jungfrau Maria sah, beharrte Bernadette darauf nur das Wort «Aquero» zu benutzen. Befragt von Kommissar Jaet, beharrte sie standhaft und sagte «Aquero, ich habe nicht gesagt, die heilige Jungfrau, Monsieur, ihr habt es alles verändert. Auch wenn viele ihr nicht glaubten, berichtete sie mit erstaunlicher Gelassenheit, dass ihre Aufgabe lediglich darin bestünde, ihnen zu erzählen, was sie gesehen hatte und nicht, sie zu überzeugen. Bernadettes Geschichte erregte großes Aufsehen unter den Dorfbewohnern, die in ihren Meinungen gespalten waren. Mein Herz bebt bei dem Gedanken an die widersprüchlichen Meinungen über die Wahrhaftigkeit ihrer Worte. Einige sahen in ihr eine gepeinigte Seele, die vom Wahnsinn befallen war und forderten, sie in ein Irrenhaus zu verbannen. Doch Bernadette, unbeirrbar in ihrem Glauben, setzte ihre Besuche fort. Am 25. Tage des Februars offenbarte sie, dass ihr eine lebensverändernde Vision zuteil geworden sei. Diese Vision befahl ihr, das Wasser der Quelle zu trinken, sich darin zu waschen und das Kraut zu essen, das dort wuchs, als Buße. Am nächsten Tage, oh, welch Wunder, war die Grotte nicht länger schlammig, sondern klares Wasser strömte hervor. Ihr werdet es kaum glauben. Doch jenes schlammige Land hat sich zu einer mächtigen Quelle gewandelt, die Millionen von Menschen aufsuchen, viele in der Hoffnung auf wundersame Heilung. Schon bald, nach Bernadettes Berührung mit der Quelle, begannen unglaubliche Heilungen in dem heiligen Wasser des Schreins, nun bekannt als Unsere Liebe, Frau von Lourdes. Seit jenem ersten Mal, als Bernadette die Quelle zu klarem Wasser führte, wurden 69 Heilungen durch das Lourdes Medical Bureau bestätigt. Nach dem, was die Kirche als extrem strenge wissenschaftliche und medizinische Untersuchungen bezeichnete, konnte niemand die Ursachen der Heilungen erklären. Die Lourdes-Kommission, die Bernadette anfangs befragte, analysierte das Wasser und stellte lediglich einen hohen Mineralgehalt fest. Bernadette selbst glaubte fest daran, dass es Glaube und Gebet waren, die die Kranken heilten. Die Kirchenbehörden und die französische Regierung unterzogen das Mädchen rigorosen Befragungen und bis zum Jahre 1862 bestätigten sie die Wahrheit ihrer Worte. Am zweiten Tage des März, bei der 13. Erscheinung, offenbarte Bernadette ihrer Familie, dass die Dame verlangt habe, eine Kapelle zu errichten und eine Prozession zu veranstalten. Sie bat den örtlichen Priester, an der Stelle ihrer Visionen eine Kapelle zu errichten. Heute ist das Heiligtum unserer lieben Frau von Lourdes einer der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte weltweit. Um dieses Heiligtum sind viele andere Kapellen und Kirchen errichtet worden, darunter die Basilika des heiligen Pius Xe, die 25.000 Menschen aufnehmen kann und vom späteren Papst Johannes Weimstentien-Treißen geweiht wurde, als er päpstlicher Nunzius in Frankreich war. Das kleine Städtchen Lourdes wurde zu einem Pilgerziel, ähnlich dem von Santiago de Compostela in Spanien, und zieht jährlich Millionen gläubiger Katholiken an. Wunderbare Heilungen wurden am Schrein und in den Wassern der Quelle berichtet. Die 16. Vision, die Bernadette schilderte, dauerte über eine Stunde an und fand am 25. Märztage statt. Während dieser Erscheinung fragte sie erneut nach dem Namen der Dame, doch diese lächelte nur. Erst nach dem dritten Male antwortete die Dame in Garçon okzitanisch, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Trotz der rigorosen Befragungen durch die Behörden der katholischen Kirche und der französischen Regierung hielt Bernadette unbeirrbar an ihrer Geschichte fest. Wenige Visionen haben jemals eine so gründliche Untersuchung durchlaufen wie diese Erscheinungen der unbefleckten Jungfrau. Im Jahre 1862, nach gründlicher Untersuchung, bestätigten die Kirchenbehörden schließlich die Echtheit der Erscheinungen. Am siebten Tage des Aprils hatte Bernadette eine weitere Vision, während der ihre Hand, obwohl sie minutenlang in Kontakt mit einer Kerzenflamme war, nicht verbrannte. Die Kunde von den Erscheinungen verbreitete sich schnell und die Aufmerksamkeit und der Ruhm Bernadettes wuchsen weit und breit. Bald darauf versammelten sich große Menschenmengen, um Zeuge der Wunder zu sein. Im Grotto, als Bernadette dort war, um mit unserer Dame zu sprechen, glaubten einige, dass die Dame ebenfalls dort sei, obwohl sie sie nicht sahen. Auf der anderen Seite verspotteten die Zweifler sie. Es dauerte sogar eine Weile, bis Bernadettes Familie und die Priester glaubten, dass sie die selige Jungfrau Maria sah. Die örtliche Regierung hingegen betrachtete sie als Ärgernis. Der Bürgermeister von Lourdes verbarrikadierte das Grotto und verhängte Geldstrafen für diejenigen, die über die Erscheinung sprachen. Er wollte Bernadette verhaften und versuchte, sie als verrückte Unruhestifterin darzustellen, doch der Widerstand der Bürger und ihrer Priester war zu stark. Am 8. Juni 1855 entschied sich der Bürgermeister von Lourdes, das Grotto zu verbarrikadieren und Wachen aufzustellen, um den öffentlichen Zugang zu verhindern. Am 16. Juli kehrte Bernadette zurück, um das Grotto von der anderen Seite des Flusses zu sehen und erlebte ihre achte und letzte Erscheinung der Dame. Sie erzählte diese Visionen vielen, doch wurde sie geglaubt? Der Ruhm könnte ihr sowohl Gutes als auch Böses bringen und ihr werdet erfahren, welches es sein sollte. Was Bernadettes Behauptungen glaubwürdiger machte war, dass ihre Berichte über die Erscheinungen präzise waren, ohne jemals etwas hinzuzufügen oder zurückzunehmen. Sie verteidigte standhaft die Echtheit dieser Visionen und übermittelte treu die Botschaften Marias. In seinem Hirtenbrief über die Erscheinungen betonte Bischof Laurence die Einfachheit, die Offenheit und die Bescheidenheit dieses Kindes. Sie berichtete ohne Affektiertheit, mit einer rührenden Unschuld und antwortete auf alle Fragen ohne Zögern klar und präzise, beeindruckt von einer starken Überzeugung. Unbeeindruckt von Drohungen und Versuchen, sie mit vorteilhaften Angeboten zu bestechen, war Bernadettes Aufrichtigkeit unbestreitbar. Sie wollte keinen Fehler machen, aber war sie vielleicht doch im Irrtum oder ein Opfer von Halluzinationen? Der Bischof war ratlos. Er erinnerte sich an ihre Gelassenheit, ihren gesunden Menschenverstand, das Fehlen jeglicher Exaltiertheit und auch daran, dass die Erscheinungen nicht von Bernadette abhingen. Sie geschahen ohne ihre Erwartung und zweimal, als Bernadette zum Grotto ging, war die Dame nicht dort. Bernadette musste den neugierigen Bewunderern, Journalisten und anderen Rede und Antwort stehen und vor zivilen und religiösen Kommissionen erscheinen. Sie fand sich im Scheinwerferlicht der Nachrichten wieder, ein Mediensturm peitschte über sie hinweg. Sie brauchte Geduld und Humor, um in diesem Sturm standhaft zu bleiben und die Reinheit ihres Zeugnisses zu bewahren. Sie nahm keine Zahlungen an und segnete auch nicht die ihr entgegengestreckten Rosenkränze. Unter diesen Umständen war das Leben im Kaschot nicht mehr möglich. Bernadette war mit der Aufmerksamkeit, die sie erhielt, nicht wohl und es war notwendig, sie zu schützen. Vater Peyramale und Bürgermeister Lacadé einigten sich darauf, dass Bernadette als kranke Arme in das von den Schwestern von Nevers geführte Hospiz aufgenommen würde. Sie kam dort am 15. Juli 1860 an. Mit 16 lernte sie lesen und schreiben. Noch heute kann man in der Kirche von Bartré die Schreibübungen sehen, die sie machte. Später schrieb sie oft an ihre Familie und sogar an den Papst. Sie besuchte ihre Eltern, die im väterlichen Haus untergebracht worden waren. Es ist auch bemerkenswert, dass Bernadette starke Meinungen über die Darstellung unserer Dame hatte. Das sollte nicht überraschen, da sie Maria mit eigenen Augen gesehen hatte. Denkt darüber nach, würdet ihr Gemälde eurer Lieben schätzen, die von Leuten gemalt wurden, die sie nie gesehen haben? Das einzige Bild, vor dem Bernadette betete, war die Jungfrau von Combray. Der Tradition nach soll der Evangelist Lukas dieses Bild gemalt haben, da Lukas wahrscheinlich Jesu Mutter persönlich kannte. Während ihres Aufenthalts im Hospiz dachte Bernadette auch daran, den Karmeliter-Orden zu betreten, doch ihre Gesundheit war zu fragil. Am 9. Juli 1866 nahm Bernadette das Ordensgewand einer Postulantin und trat den Schwestern der Nächstenliebe im Mutterhaus in Nevers bei. Ihre Novizenmeisterin war Schwester Marie-Therese Wautz und die damalige Oberin gab ihr den Namen Marie-Bernard zu Ehren ihrer Großmutter. Bernadette verbrachte den Rest ihres Lebens dort, arbeitete als Krankenschwester und später als Sakristanin. Die Menschen bewunderten ihre Demut und der Geist des Opfers, ihre eigene Krankheit, machte sie zu einer regelmäßigen Patientin im Krankensaal. Endlose Besuche in den Salons folgten und nachdem sie eine Zeit lang als Assistentin der Krankenpflegerin gedient hatte, verfiel sie selbst Stück für Stück in Krankheit. Sie verrichtete ihre Arbeit in all dem, indem sie alle Kreuze für die Sünder in einem Akt vollkommener Liebe auf sich nahm. Doch ach, es währte nicht lange. Das Hinscheiden und die Krönung einer Kindheiligen, während Bernadette weiterhin im Dienste Gottes stand, wurde sie bedauerlicherweise mit Knochentuberkulose in ihrem rechten Knie diagnostiziert und konnte schließlich nicht mehr am Leben im Konvent teilnehmen. Sie verschied im Krankensaal des Konvents von St. Gildard im Alter von 35 Jahren am 16. April 1879, während sie den Heiligen Rosenkranz betete. Sogar auf ihrem Sterbebett litt Bernadette unter starken Schmerzen und blieb dabei der Mahnung der Jungfrau Maria zur Buße treu. Sie verkündete, all dies ist gut für den Himmel. Bernadettes letzte Worte waren »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für mich, eine arme Sünderin, eine arme Sünderin.« Die Nonnen von St. Gildard mit der Unterstützung des Bischofs von Nevers ersuchten die Zivilbehörden um die Erlaubnis, Bernadettes Leichnam in einer kleinen Kapelle, die dem heiligen Joseph gewidmet war und sich im Bereich des Konvents befand, zu bestatten. Die Erlaubnis wurde am 25. April 1879 erteilt und am 30. April sprach der örtliche Präfekt seine Zustimmung zur Wahl des Begräbnisortes aus. Am 30. Mai 1879 wurde Bernadettes Sarg in die Krypta der Kapelle des heiligen Joseph überführt, wo eine sehr einfache Zeremonie zur Erinnerung an das Ereignis abgehalten wurde. Im Rahmen des Heiligsprechungsprozesses wurde ihr Körper dreimal exhumiert, 1909, 1919 und schließlich 1925. Es wird euch erschüttern, zu erfahren, dass Bernadettes Körper selbst 30 Jahre später weitgehend unversehrt war. Am 22. September exhumierten zwei Ärzte und eine Schwester der Gemeinschaft ihren Körper und stellten fest, dass das Kruzifix und der Rosenkranz, die sie trug, ebenfalls intakt geblieben waren. Oxidiert war sie wohl, doch ihr Leib blieb unversehrt, ihre Haut besaß noch immer die Farbe eines Lebenden. Die Kirche erklärte ihren Körper offiziell für unversehrt. Diese Unversehrtheit galt als eines der Wunder, die ihre Heiligsprechung unterstützten. Eine Gruppe wusch und kleidete Bernadettes Körper neu ein, dann bestattete sie ihn in einem neuen, doppelten Sarg. Am 3. April 1919 wurde Bernadettes Körper erneut von der Kirche exhumiert. In den Worten des anwesenden Arztes, der sie untersuchte, der Körper ist praktisch mumifiziert, bedeckt mit Flecken von Schimmel und einer bemerkenswerten Schicht von Salzen, die wie Kalziumsalze erscheinen. Die Haut ist an manchen Stellen verschwunden, doch größtenteils noch vorhanden. Einige Rippen wurden entfernt, um sie als Reliquien nach Rom zu schicken. Man beschloss, dass die schwärzliche Farbe ihres Gesichts abschreckend auf Pilger wirken könnte, weshalb eine leichte Wachmaske angefertigt wurde. Ihr neues Gesicht und die Hände wurden von Pierre Immans, einem Designer von Modepuppen in Paris, gestaltet. 1928 veröffentlichte Dr. Comte einen Bericht über Bernadettes Exhumierung in der zweiten Ausgabe des Bulletins der Medizinischen Vereinigung von Notre-Dame de Lourdes. Er schrieb, Was mich bei dieser Untersuchung am meisten beeindruckte, war der Zustand der perfekten Erhaltung des Skeletts, der noch geschmeidigen und festen Muskelgewebe, der Bänder und der Haut und vor allem der unerwartete Zustand der Leber nach 46 Jahren. Man hätte gedacht, dieses weiche und leicht zerfallende Organ würde sehr schnell verfallen oder zu einer kreidigen Konsistenz verhärten. Doch als es zerschnitten wurde, war es weich und fast normal in der Konsistenz. Ich wies die Anwesenden darauf hin und bemerkte, dass dies kein natürliches Phänomen zu sein schien. 1925 wurde Bernadettes Körper erneut exhumiert. Dieses Mal wurden Reliquien nach Rom gesandt und ein Abdruck ihres Gesichts geformt, um eine Wachmaske für ihren Körper zu erstellen. Ebenso wurden Abdrücke ihrer Hände gemacht, um ihren Körper zur Schau zu stellen. Er wurde in einem goldenen und kristallenen Reliquiar in der Kapelle der heiligen Bernadette im Mutterhaus in Nevers platziert. Die Kirche erklärte sie am 8. Am 8. Dezember 1930 zu heiligen nicht wegen der Erscheinungen die sie erlebte sondern wegen ihrer Reaktion auf diese Gnade. Sie wurde von Papst Pius 19 heilig gesprochen. In den Hallen von Lords wo die Feier der Jungfrau Maria als unsere Liebe Frau von Lords optional im römischen Kalender steht ist ein bedeutender Wallfahrtsort für jene die Heilung suchen. Die Kapelle im St. Gildart Kloster in Nevers birgt ihren Leib der wie man sagt unverwest ist. Nach diesem Ereignis wurde sie in ein goldenes Glas Reliquiar in der Mutterhaus der Schwestern von Nevers gelegt wo sie bis heute wie im Schlaf erscheint. Der zweifellos schöne Körper der 30-jährigen Bernadette Subirous wird in einem eigens angefertigten Kristallsarg in einer Kapelle der Abtei ausgestellt wo sie als Nonne diente. Ihr unnatürlich lebensechtes Antlitz gehüllt in Nonnen Kleidung ist eine der häufigsten Darstellungen der unverweslichen Heiligen deren Körper niemals verfällt. St. Bernadette wird oft im Gebet mit einem Rosenkranz dargestellt oder fleht die heilige Jungfrau an. Sie ist die Schutzpatronin von kranken Menschen spöttern für ihre Frömmigkeit Armen Schäfern und Schäferinnen sowie von Lords Frankreich. Ähnlich wie der Vater es nicht zuließ, dass der Leib Jesu im Grab verweste, hat Gott es ermöglicht, dass die sterblichen Überreste einiger seiner Treuen nicht der Verwesung unterliegen. Einige mögen das scheinbare Wunder der körperlichen Unverweslichkeit wissenschaftlich erklärbaren Gründen zuschreiben. Doch bis heute wurde keine Erklärung geliefert. Es ist wichtig zu bemerken, dass der Zustand der Unverweslichkeit vom Verwesungsprozess abhängt. Nicht jeder als unverwest beurteilte Heilige sieht aus, als sei er erst gestern auf Erden gewesen. Die unverwesten Körper der Heiligen sind ein tröstliches Zeichen von Christi Sieg über den Tod, eine Bestätigung des Dogmas der Auferstehung des Leibes, ein Zeichen dafür, dass die Heiligen immer noch bei uns sind im mystischen Leib Christi und ein Beweis für die Wahrheit des katholischen Glaubens. Denn nur in der katholischen Kirche finden wir dieses Phänomen. Es steht außer Frage, dass St. Bernadette ein Leben geführt hat, dass es wert ist, von allen Christen nachgeahmt zu Gottmitte, ungeachtet des Leidens, das es ihr brachte. Sie ist wirklich unsere Art von Heiliger und möge sie im Wort des Glaubens für uns alle Fürsprache halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.